Bei Plitsch-Platsch-Pinguin ist ganz schön was los. Jetzt mit LED-Licht im Hellen und im Dunkeln spielbar. Alle wollen ihre Pinguine auf dem wackeligen Eisberg unterbringen. Doch wer hat dabei ein ruhiges Händchen und einen kühlen Kopf? Ui, da sind ganz schön viele Pinguine heruntergepurzelt. Jetzt muss die gefallene Pinguin-Schar wieder aufgenommen werden. Wer als erster alle seine Pinguine auf dem schwankenden Eisberg platziert, gewinnt. Und für noch mehr Spaß und Spannung bringt das LED-Licht den Eisberg im Dunkeln magisch zum Leuchten. Plitsch-Platsch-Pinguin – das wackelige Spielvergnügen im Hellen und Dunkeln für ein bis fünf Kinder ab vier Jahren. Plitsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch-Platsch